Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten die Potenz von Polarkoordinaten. So, die Potenz von Polarkoordinaten. Also es sei eine Polarkoordinate gegeben, sagen wir mal 2, E hoch J, 3. So, 3 und jetzt möchte ich hier hoch 3 den ganzen Sermann. So, wie mache ich das? Ja, da kann ich einfach wieder sagen, okay, diese hoch 3 bezieht sich auf das erste Element in diesem Minsterklammer und auf das zweite Element. Also kann ich schreiben, 2 hoch 3 mal E hoch J3 hoch 3. So, jetzt muss ich wissen, 2 E hoch 3 kann ich gleich in den Taschenrein reinschreiben, ergibt die 8. Dann kann ich sagen, E hoch J3 hoch 3 und da darf ich wieder, wenn schon im Exponent steht, den Exponent vom Exponent wieder mit mal reinziehen. Sieht dann wie folgt aus, E hoch 3 mal 3 und das ergibt auch E hoch J9. Und voilà, das ist mein Ergebnis von dieser Potenz, von der dritten Potenz dieser Polarkoordinate. Ich hoffe, mein kurzes und schmerzloses Video hat euch gezeigt, wie einfach so ein Zeug geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Mathematik in 5 Minuten.